Hey Freunde, willkommen zurück zu einem kurzen und knackigen Shadow of the Earthry Guide. Ich zeige euch heute, wo ihr Ralvas Pelz findet. Das ist ein Bärenkopfbedeckung, so nennen wir es mal, der Bärenkommunion. Und dazu gibt es auch noch einen versteckten Bossgegner. Wir können nämlich einmal hier an diesen See gehen. Karte zeige ich euch natürlich gleich. Ist hier drüben, da einmal hinlaufen. Da gibt es dann einen versteckten Bossgegner. Den müsst ihr einmal platt machen, um eben diese Bärenmütze zu erhalten. Und das geht, naja, der ist schon knackig. Also vielleicht holt ihr eure Asche dazu oder auch sonst was. Der Bär ist nämlich nicht ganz ohne. Also geht da rein, macht den auf jeden Fall platt. Und wenn ihr den dann erledigt habt, dann bekommt ihr diese wunderschöne Bärenmütze. Und habt auch noch einen versteckten Boss erledigt. Der ist ein bisschen anders als alle Bären. Seht ihr ja schon daran, wie er aussieht. Und ja, der ist schon knackig. Also viel Erfolg euch dabei, den großen roten Bär platt zu machen. Und ja, ihr bekommt dann nämlich auch seine Mütze sozusagen. Und könnt ihn dann erledigen und habt das somit im Gepäck. Ja Freunde, kurzer, knackiger Guide, ganz easy. Euch viel Erfolg dabei. Und schnappt euch diese wunderschöne Bärenkopfbedeckung. Bis zum nächsten Mal. Pusht das Däumchen nach oben. Adios.